Die Bilder sind beeindruckend und beängstigend. Ein gigantischer Sandsturm verschlingt die ägyptische Hauptstadt Kairo. Diese Straße scheint an einer riesigen orangefarbenen Sandwand zu enden. Verunsicherte Autofahrer kehren in Panik um, fahren lieber als Geisterfahrer, um nicht in den Sturm zu geraten. Die Sandstürme sollen die stärksten sein, die in Ägypten bisher beobachtet wurden. Mindestens vier Menschen sollen bei dem Megasturm umgekommen sein. So soll nach Angaben der Polizei eine riesige Werbetafel auf eine Straße gestürzt sein. Bei dem Unglück wird ein Mensch getötet, fünf werden verletzt. Weitere Opfer sollen durch umstürzende Gegenstände zu Tode gekommen sein. Der heftige Sandsturm hat in der ägyptischen Hauptstadt riesige Verkehrsstaus verursacht. Auch am Roten Meer waren die Folgen zu spüren. Behörden haben dort zwei Häfen dicht gemacht.